Hallo liebe Wurmflüsterer, entschuldigt bitte die Videoqualität, falls die nicht ganz in Ordnung ist. Ich kann es noch nicht einschätzen, ich habe heute beschlossen in der Sonne mich um die Würmer zu kümmern, weil das Wetter so schön ist. Ich fange mit der kleinen Kiste an, schauen wir als erstes mal, was die so zu bieten hat. Zwischendurch möchte ich vielleicht noch auf ein paar weitere Fehler eingehen, die gemacht wurden. Vor allem habe ich bei dieser Kiste einen Fehler gemacht, einen großen Denkfehler, der mir gestern aufgefallen ist und den ich jetzt dann als allererstes beheben möchte. Schauen wir aber erstmal, was sich mit der aktuellen Fütterung so getan hat. Ich hatte ja im letzten Video die beiden Ebenen getauscht und diese untere quasi Beimpftebene zur oberen gemacht, wie ihr hier seht. Und wer so ein bisschen aufgepasst hat oder mit, ja, kann sich vorstellen, was hier der Fehler war. Ich habe das Tuch drin gelassen, das daran hindern sollte, dass die Würmer nach unten in die Auffangschale krabbeln oder kriechen, als diese Kiste noch in der untersten Ebene war. Das heißt, ich muss es jetzt hier befreien von sämtlichem Hummus und Würmern und werde das dann nachher nochmal unten einsetzen, da wo es eigentlich hingehört. Natürlich konnten die jetzt so weder von der darunterliegenden Ebene hochkriechen, noch konnten sie wirklich runterkriechen, falls ihnen das Futter zu trocken war oder irgendwas in die Richtung sie gestört hätte. Aber das wird jetzt dann hoffentlich spätestens beim nächsten Mal behoben sein, weil ich ja bemerkt habe, was mein Fehler war. Wenn auch etwas spät. Jetzt schauen wir aber erstmal hier, ich sehe jetzt mal keine Futterreste und es waren ja einige Würmer schon hier drin. Es ist auch definitiv nicht zu feucht. Es ist ja auch so, dass die ganze Feuchtigkeit natürlich trotz diesem Stopp unten drin nach unten absickern konnte. Schauen wir mal, wie es unten aussieht. Da könnte es jetzt deutlich feuchter sein. Hier ist wunderschön. Sehr, sehr feucht. Ja. Sehr belebt. Die konnten, wie gesagt, alle höchstens nach unten und nicht nach oben. Ich sehe definitiv auch ein paar Wurmkokons hier. So. Ja, also Kokons sind für mich ein gutes Zeichen. Das heißt, sie haben sich natürlich weiter vermehrt und gleichzeitig fühlen sie sich auch wohl genug dafür. Das finde ich sehr, sehr wichtig als Anzeichen dafür. Okay, jetzt schauen wir doch mal, wie viele Kokons ich hier tatsächlich rauskriege. Also die Würmer, die legen ja Kokons, das sind wie so kleine Eier. Je dunkler sie sind, desto reifer sind sie, desto näher am tatsächlichen Schlüpfdatum. Und die können tatsächlich je nach Wurmart bis zu fünf kleine Würmchen enthalten. Und die Würmer passen ihre Population aber selbstständig an. Das heißt, dass es zu eng wird in der Wurmkiste, passiert eigentlich nicht, weil sie dann einfach aufhören, Eier zu legen, bis wieder Platz quasi da ist oder Kokons zu legen. Das war jetzt das falsche Wort wieder. Und ja, ich bin da natürlich jetzt sehr gespannt. Ich finde, hier sind jetzt sehr, sehr viele Kokons. So viele hatte ich noch nicht auf einen Schlag sichtbar. Es ist natürlich aber auch fast reiner Hummus, den man hier sieht. Also es sind ein paar Eierschalenstücke noch drin und Minimalpappe, aber im Großen und Ganzen fast ausschließlich Hummus. Und dementsprechend ist das natürlich optimale Lebensverhältnisse, ein tolles Substrat auch für die Würmer, um da eben jetzt sich drin zu vermehren. Es ist auch schön feucht. Und wir sehen hier, es ist wirklich sehr, sehr eng auch. Also es sind sehr, sehr viele Würmer auf engem Raum, die sich da eindeutig sehr wohl fühlen. Ich werde jetzt natürlich auch gleich noch ganz unten schauen müssen, was sich da drin befindet, da ja meine Absperrung nicht da war. Das heißt, ich denke, da wird sich auch das ein oder andere jetzt an Hummus natürlich auch durch meine Bewegungen hier gesammelt haben und bestimmt auch der ein oder andere Wurm spätestens jetzt runtergeflohen sein. Aber schaut mal, wie viele Kokons ich jetzt auf einen Schlag rausgehört habe. Wenn da jetzt nur zwei Würmer pro Kokon drin sind, dann sind das schon mindestens 10, 15 neue Würmchen, die da allein darauf warten zu schlüpfen. Und ja, man sieht, die meisten sind auch schon braun, also die sind schon kurz davor. In der Regel fangen die so richtig giftgrün an, würde ich mal sagen, als Farbe. Also richtig wie so grüner Schleim von der Farbe her. Ich gucke mal, ob ich einen solchen finde zum Vergleich. Ich muss aber echt sagen, es macht wirklich Spaß, hier rum zu wühlen. Das erdet richtig. Ich mache das unglaublich gerne. Also man sieht auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seht es zumindest, dass da definitiv unterschiedliche Brauntöne schon sind. So einen richtig grünen habe ich jetzt nicht. Habe ich aber schon in anderen Videos auch gezeigt. Da würdet ihr es dann vielleicht erkennen. Aber hier ist jetzt eher so, dass es einfach unterschiedliche Brauntöne sind. Na gut, ich könnte jetzt zwar hier noch stundenlang weitermachen gefühlt, aber ich glaube, jetzt kommen wir mal zum Schluss mit dem Kokon sammeln und gucken mal in die untere Ebene, was sich da getan hat. Okay, also wie erwartet habe ich hier ein bisschen Hummus drin und natürlich auch einige Würmer und auch ausgewachsene Würmer eindeutig. Die werde ich jetzt einfach mal in diese obere, also mittlere Schale quasi reinkippen und dann werde ich mein Tuch wieder reinmachen, damit da höchstens überschüssige Flüssigkeit abfließen kann, aber die Würmer eher Schwierigkeiten haben. Sie würden es sicherlich trotzdem hinkriegen, wenn sie es unbedingt wollten, aber zumindest höchstens vereinzelt und nicht in solcher Menge nach unten wandern können, sondern wenn dann eher nach oben zwischen den beiden oberen Ebenen hin und her. So, dann mache ich jetzt also das Tuch rein. Ich habe mir überlegt, damit ich es nicht allzu sehr durcheinander bringen muss, klemme ich es jetzt einfach hier rein. Ich denke, das müsste ausreichend sein. Falls sie doch durchkriegen, können sie auch wieder hoch, liegen sie einfach auf dem Tuch und wie gesagt, Flüssigkeit tropft weiter ab. Ja, ich bin nach wie vor fasziniert von diesem Hummus, muss ich gestehen. Und dann machen wir oben diese Ebene wieder drauf. Und dann würde ich sagen, füttern wir hier rein und schauen, wie sich das dann entwickelt, wenn die jetzt tatsächlich problemlos zwischen den Ebenen hin und her wandern können. Dafür mache ich jetzt wie immer eine Futterstelle quasi frei, damit ich gut vergraben kann, das ganze Futter, um Fruchtfliegen und so weiter möglichst zu verhindern. Und lege jetzt erstmal ein paar alte zerschnittene Kaffeefilter von verwendetem Kaffee quasi unten rein, damit die überschüssige Feuchtigkeit auch aufsaugen, beziehungsweise in der oberen Etage jetzt halten können. Außerdem bieten sie gemeinsam mit Kartonschnipseln und Papierschnipseln, Zeitungsschnipseln, alles Mögliche, das ganz wichtige kohlenstoffhaltige Material, das absolut essentiell ist für die Würmer, um dann eben auch aus dem sehr stickstoffhaltigen, frischen Grün oder mehr oder weniger frischen Grün da dann den Hummus machen zu können und sich trotzdem wohlzufühlen. Dann würde ich sagen, fange ich mal an mit einer angetauten oder gut aufgetauten Banane. Hier werde ich die Schale jetzt ein bisschen klein reißen, weil dann lässt sie sich einfach gut verarbeiten. Für Schale brauchen die Würmer tatsächlich recht lang, wohingegen das ganze Fruchtfleisch relativ schnell verarbeitet sein dürfte. Aber sie bringt natürlich gut Feuchtigkeit rein, zuckerhaltiges Material finden sie immer toll, also gerade Früchte und so weiter. Und ja, für die Bananenschale werden sie etwas länger brauchen. Da denke ich, werde ich dann so hauchdünne, papierdünne Teile dann finden, wenn ich das Ganze überprüfe. Dann wische ich mir schnell die Banane von den Fingern, um mit der Waage hantieren zu können wieder und kann auch das Tuch direkt mit reinlegen. Und wo wir gerade beim Thema Waage sind, das waren 92 Gramm Banane. Und hier haben wir jetzt Spinat und ein paar Himbeeren, die ich eingefroren hatte. Das sind insgesamt 118 Gramm. Ich lockere das jetzt ein bisschen auf, damit die Würmer da dann auch wirklich dazwischen können. Es ist gut angetaut. Und dann mache ich nochmal zu mit meinen Kaffeefilterschnipseln. So werden die auch gut verwendet. Dann kommt direkt hinterher, ich weiß, ich habe es jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, aber egal, mein selbstgemachter Kaffeesatz-Eierschalen-Mix und das gekaufte Wurmfutter. Das ist ganz wichtig auch zum Säureausgleich und um Mineralstoffe zu substituieren, damit da den Würmern nichts fehlt und sie weiterhin gesund sind. Habe ich auch in der Beschreibung verlinkt über einen Amazon-Link, falls ihr da auch Interesse daran habt für eure. Dann decke ich das Ganze nochmal zu mit Zeitungsschnipseln und Kaffeefiltertüten, Schnipseln und mit meinem Substrat schon und mit meiner Zeitung dann. Damit wären wir heute mit dieser Kiste fertig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das Video bisher gefallen hat. Wir machen jetzt mit der mittleren Kiste weiter.